Hallo und herzlich Willkommen hier bei APEX. Ich habe schon ein paar Versuche gestartet. Versuche. Ich habe früher mal online COD gezockt, das ist lange her. Mich reizt es einfach. Ich würde mir bitten, wenn ihr etwas seht, was ich besser machen kann, ein paar Tipps zu geben. Aber es soll mal ein Versuch sein. Das heißt, es wird so richtig ein schöner, nubiger Versuch, sich da irgendwie durchzuschlagen und vielleicht doch ein oder zwei Minuten zu überleben. Und ich habe mir gedacht, dass ihr etwas zu lachen habt. Wie dürft ihr daran teilhaben? Ich habe normalerweise die andere schon ausprobiert, die mit der Drohne, mit der Heilungsdrohne. Und ich habe keine Ahnung, von was ich da quassle. Ich zeige gleich dazu. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe gesagt, learning by doing. Wir spielen einfach. Oder versuchen. Wird lustig. Ich habe festgestellt, die mit der Drohne, mit der Heilungsdrohne, die ist ja gar nicht so unpraktisch. Aber der kann da schauen, ob Gegner in der Nähe sind. Das hat mir letztes Mal auch nichts gebracht. Das werde ich vielleicht noch dazu schneiden. Aber... Ähm... Ja... Ich weiß auch nicht. Den habe ich noch nicht ganz... Den habe ich noch nicht gehabt. Da kenne ich mich ja aus. Äh... nicht aus. Okay. Toxischer Fallensteller. Ich kenne mich voll nicht aus. Aber alles okay. Äh... Ja, ich habe natürlich kein Gefühl. Warum steht bei mir eigentlich... Achso, weil das das andere war. Das war die, äh, äh, äh... Wie bitte? Also die andere war... Ähm... Die mit der Drohne. Wie die jetzt auch immer war. Wie man es mag. Da habe ich einen Kill gehabt. Aber... Weißt du nicht? Letzte Runde war super. Da habe ich die Urfälle Waffen gehabt. Und dann auf einmal ist er Hinterhalt gewesen. Den ich nicht gesehen habe. Habe einen... Kompadres wiederbelebt. Und... Das war mein Tod. Also... Ich brauche keine Scharfschützenschaft. Neh, ich brauche keine Scharfschützenschaft. Anrucksack habe ich noch keinen. Ultimativ Beschleuniger für was ich den brauche, also nur nicht. Oh, da ist auch noch was. Ich glaube, die Energie-Munition habe ich nicht gehabt, die habe ich gehabt. Die hätte ich gern mit, naja, dann erwähnen wir die. Besser wie nix, habe ich den schon. Die Sterne am Markop, die haben wir noch nix gebracht. Kleine Granate. Für was der auch immer ist. Habe ich schon, habe ich schon, aber den Blauen jetzt. Schrotflinten. So, wo sind die Schrotflinten? Wie willst du die Schrotflinten? Ich will Schrotflinten. Überall ist nur keine Schrotflinte. Den Stern könnt ihr euch behalten. Der ist mir sowas von blunte. Egal. Oh. Präzisions, ja, das brauche ich alles nicht. Das ist alles unnötig. Weiter das Magazin für die Waffen brauchen wir nicht. So. Äh, genau, rechte Maustaste. Brawler, weiß ich noch nicht. Aber ein Friedensstifter wäre super, wenn ich den hätte. nicht. Aber den werde ich wahrscheinlich nicht finden. Und wenn ich nicht weitermache, sowieso nicht. War ich da schon? Oh. Ich habe nicht einmal nur eine Waffe. Bisschen. Mann. Wo hat mich denn der hingebracht, ey? Eine Gegner. Ist immer gut. Ich brauche irgendwas. Ich brauche irgendwas. Ich bin nicht mehr gescheit, wenn ich was zum schießen. Ach, Mann. Echt jetzt? Wieder die? Schrotflinte. 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 Ja, ich brauche einen Schrotflinte. Ja, wenn ich eine Schrotflinte hätte. Äh. Äh. Das nervt. Respawn. Abzeichen habe ich nicht. Äh. 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 Ich muss erst gucken. Oh. Keine Ahnung wo meine Kollegen sind. Das ist immer was sehr praktisches. Ich glaube 4 war die Spritze, wenn man nicht alles täuscht. Erweitertes schweres Magazin, das brauche ich alles nicht. Toll. Mir bringt das alles nichts. Also heute habe ich echt kein Glück, mit der kleinen Schmuselwaffe da, komme ich nicht weit. Das ist sehr gut, das ist sehr praktisch. Zumindest ist es. Oh, mit dem Scheiß. Man, es ist egal, ich werde sowieso sterben. Spitzenreiter? Okay, da sind... Ich bin der Rao. Ich brauche nur irgendwas, ich habe nicht mal eine gescheite Waffe oder irgendwas. Ich glaube, da bin ich schon mal gestorben. Da da alles geplündert ist, besteht die Möglichkeit, dass ich dann noch eine Waffe kriege. Also zumindest, dass da keiner mehr ist. Ah, shit. Ich habe jetzt echt, ich habe echt noch keinen blassen Dunst, was hier ist. Ey, ich habe eine zweite Waffe, ist das nicht schön? Und da brauche ich... Nein. Weil das wird die Waffe... Schaut fast so aus, dass ich das für diese Waffe brauche. Aber ich habe... Da habe ich nicht sehr viel Munition. Das ist nicht schön. Werde offen lassen. Ah, da ist er ja. Und da nehmen wir die mit. Dafür kann ich dann... Die raus. Brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht, zwingenderweise. Hä? Ja, ist egal. Ist mir jetzt echt egal. Ah, das ist natürlich lieber. Ich brauche Munition. Okay, toll. Die brauche ich aber echt nicht. Das ist schlecht. Die braucht Munition. Ich hätte mir doch die andere mitnehmen sollen. Wo sind denn meine Leute? Existieren die noch? Oder? Okay, die hat nichts anleihen. Der ist mir lieber... ... als die? Die ist mir lieber. Die ist mir lieber. Ich habe fast keine Schuss, nicht. Also, vorher hatte ich Waffenummengen. Mit Muniummengen. Und jetzt... Ja. Du schmierkombinant. Schmierkombinant. Kein, kein, kein. Finde ich toll. Hochwertige Beute. Wo? Du hast hochwertige Beute gefunden? Wo? Wo ist was da ist? Ich habe was gefunden. Schön. Longbow. Abschützengewehr. Halbautomatisch. Hilft nix. Ich brauche es. Und da brauche ich Left Shift. Ah, wenn nix ist. So, okay. Der Feigheit siegt. Wenn ich nur... Achso, ich muss da wieder rein in den Ding. Komm mal. Allfather, gib mir Sight. Nix. ich bin irgendwie weit weg zuerst habe ich so viel gefunden und dann bin ich urweit weg munition wäre echt genial die brauchen wir alle nicht, ich meine die brawler ist super aber mit dem bin ich mir nein das wird nicht gehen da kannst du das? dann komme ich nicht rauf ich weiß nicht mehr woher du hin musst gehen wir mal in die höhle des leuven im 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 die vom oh scheiße muss ich ihn dahin scheiße irgendwie okay keine ahnung wo der gekommen bin jetzt scheiße gepackt